Ich bin Musiker, ich bin Musikarchäologe, ich bin Blockflötist, ich bin Spieler des antiken Aulos, des doppelt gespielten griechischen Instrumentes. Ich bin immer auf der Suche nach Neuem im Alten, ich bin auf der Suche nach Vertrautem in Neuem, spielend, improvisierend, komponierend, schreibend und forschend. Glücklich bin ich, wenn es gelingt, Gedanken, Klänge, Töne in eine adäquate Form zu bringen. Glück habe ich mit meiner großen und wachsenden Familie. Das alles zusammen gehört zu Konrad Steinmann. Konrad Steinmann 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 Musik Musik